So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich bewege dich von einem Baustellenklo zum anderen. Wo werde ich das Ganze machen? Richtig, bei Coral Castle, wir kennen das ja schon von früher, wo wir einfach die Toiletten benutzen können als Tunnel sozusagen, wo wir dann an einem Punkt einsteigen und an einem anderen rauskommen. Genauso ist es halt immer noch. Das Problem ist, ich sage ganz ehrlich, ich nutze diese Teleporte eigentlich überhaupt nicht mehr. Früher hat man sie so ein bisschen verwendet, da war das glaube ich sogar mit den Telefonzellen und auch mit den Müllcontainern war das glaube ich. Und jetzt sind halt stellenweise noch die Toiletten sind dafür gemacht, aber wer versteckt sich von uns noch? Ich glaube niemand mehr, aber ich zeige euch ganz kurz, wie ich das Ganze wie gesagt mache. Also wenn ihr das, Straffehler, wenn ich euch schon mal helfen konnte, lasst gerne ein Like da, auch so gerne natürlich und Abo nicht vergessen. Und ich würde sagen, ihr seht es auch schon, da unten müssen wir hin. Machen wir gerade die Markierung, wie geht die Markierung nochmal weg? Ah, machen wir die Markierung woanders hin. Da unten ist schon die gute Toilette, noch nie so offene Toilette gefreut. Ach Gott, sind wir hier hoch. Aber wie gesagt, macht das Ganze im Solo-Modus, denn das Problem ist im Gruppenkeile ist derzeit echt das Problem, dass die Zone so schnell ist. Deshalb geht einfach Solo rein, zack, einmal einsteigen und wie ihr seht, schon haben wir das Ganze auch schon geschafft. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video und haut herein. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video. Und in dem Sinne würde ich sagen, war es das auch schon wieder mit dem Video.